In der heutigen und auch in der folgenden Sendung nehmen wir euch mit nach Costa Rica, einem wunderschönen Reiseland für Wanderer, Surfer, Tierliebhaber, Botanikinteressierte und für Angler. Heute zeigen wir euch das Fischen vom Motorboot, in der nächsten Folge angeln wir dann vom Kajak und vom Ufer des Pazifischen Ozeans. Hallo liebe Hecht und Barsch Zuschauer, entschuldigt, dass ich noch so ein bisschen zerknautscht aussehe. Es ist 20 nach 5, die Brüllaffen machen im Hintergrund einen riesen Lärm. Der Ort hier erwacht, wir sind in Costa Rica, in Santa Teresa an der Pazifikküste. Wir heißt, ich bin hier mit meiner Freundin, die heute netterweise auch die Kamera übernimmt. Wir sind jetzt den vierten Tag hier, haben uns an den ersten drei Tagen hier mit jemand angefreundet. Dschange hier bei Boy Tours, da ist sein kleines Unternehmen und da wir natürlich nicht nur die wunderbar schönen Tiere an Land, die wir schon gesehen haben, hier interessant finden, sondern auch gucken wollen, was es im Wasser so gibt, haben wir ihn gebeten für uns eine kleine Tour zu organisieren und wir fahren heute raus und wollen euch mitnehmen. Mal schauen, ob wir was schönes fangen können. Too late, too late! Come in, get in the car! Come in! Come in! Come in! Come in! Guys, we have arrived to the first spot, the rods are already in the water. What do we fish for? What do you question? We're looking for Maji Maji Dorado, right? Yellowfin tuna can be fish in Wahoo, Macarell, that's what the fish wanna bite. Wir haben jetzt erstmal die Trawling-Routen ausgelegt, also wir nutzen jetzt hier solche Octopus-Pöder, schleppen die hinterm Boot her und der Hauptzielfisch jetzt für die erste Zeit wird der Maji Maji sein. I hope we're getting a fish! We will! Also Maji Maji war für mich immer schon ein riesen Traum. Einer der schönsten Fische, oder vielleicht der schönste Fisch, den man so sieht auf Fotos. Wäre auch unglaublich, wenn wir wirklich einen erwischen werden. Während wir unsere Köder durch den Pazifik schleppen, möchte ich euch Costa Rica kurz in ein paar Sätzen vorstellen. Das seit 1821 von Spanien unabhängige Land grenzt im Norden an Nicaragua und im Süden an Panama, westlich an den Pazifischen Ozean und östlich an die Karibik. Costa Rica ist 51.100 Quadratkilometer groß und hat damit ungefähr die Fläche von Niedersachsen. Es leben circa 4,9 Millionen Menschen in Costa Rica, davon etwa 1,6 Millionen in dem Ballungszentrum der Hauptstadt San José. Die Einwohner nennen sich Ticos, die Amtssprache ist Spanisch. Die nationale Währung sind Colones, es kann jedoch überall auch in US-Dollar gezahlt werden. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass Costa Rica seit 1948 über keine Armee mehr verfügt. Auch durch die fehlenden Militärausgaben wird pro Kopf mehr Geld in Bildung und Sportförderung investiert als in allen anderen Staaten Mittelamerikas. Durch seine geografische Beschaffenheit, aber auch durch seine politische Ausrichtung ist es Costa Rica gelungen, seinen Energiebedarf fast ausschließlich durch erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft und Geothermie zu decken. Zahlreiche Nationalparks helfen beim Erhalt der einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt dieses Landes. Nun aber zurück zu unserem Zielfisch, dem Mai Mai, der auch Dorado oder auf Deutsch Gold Makrele genannt wird und in Costa Rica am besten im November und Dezember zu fangen ist. Das war's. 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 Die Dachse Die Dachse Die Dachse Das ist alles toll, oder? Ja Die Dachse sind toll, oder? Ja, das ist gut Das ist gut Sashimi Das ist eine Zache der Pazifik. Also das war jetzt nicht der Zielfisch für heute oder für die erste Zeit, aber wir haben einen kleinen Schwarm Bonitos erwischt und so ein Dreifachdrelle ist immer spaßig. Good start. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Wir werden in, wir werden in. Wir werden starten zu kämpfen. Ja, kämpf für deinen Mann. No mehr, no mehr. No mehr. Boah, was für ein schöner Fisch. Schaut euch diesen Fisch an. Was für ein schöner Fisch. Was für ein schöner Fisch? Ja Mann, ein schöner Fisch. Ich weiß, Mann. Ich musste jetzt leider eine kleine Planänderung machen. Unsere Kamerafrau ist etwas schlecht geworden. Das ist aber nichts Neues bei Hecht und Barsch. Julie und Captain wissen, worauf ich spreche. Dazu hat es jetzt extrem angefangen zu regnen. Die Wellen werden stärker. Es war also gar nicht so unfassend. Wir werden schauen, ob wir vielleicht später noch mal rausfahren können oder morgen früh. Für mich ist erstmal ein riesen Traum heute in Erfüllung gegangen. Richtig geil, dass mit dem Mai Mai geklappt hat. Josué, Danke, dass du den Traum gemacht hast. Mein Glückwunsch. Wir haben das Mai Mai. Und wahrscheinlich werden wir etwas anderes bekommen. Vielleicht einen Röster, vielleicht ein Grouper. Wir sehen uns. Aber die Fisch, alles kann es kratzen. Danke für das erste Mal. Es war groß. Da sich das Wetter am Nachmittag nicht beruhigt, geht es für uns erst am Folgemorgen wieder um 6 Uhr raus auf den Pazifik. Wir sind heute mit einem anderen Kapitän auf dem Wasser. Wir befischen andere Zielfische. Und auch die Angeltechnik unterscheidet sich von der zum Vortag. Hallo, meine Freunde. Das ist Mincho, unser Kapitän für heute. Pura Vida. Er wird uns helfen, den Bait zu bekommen. Und dann werden wir versuchen, einen Rösterfisch zu holen. Okay, welchen Bait zu suchen? Green Jacks oder Moonfish. Sie sind wirklich gut für die Rösterfisch. Und wie werden wir versuchen, sie zu holen? Wir werden sie mit Zabikes und auch trollingen. Das ist ein Moonfish. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeit, Weltfische zu finden. Zunächst waren wir vorne, direkt vorm Hafen eigentlich. Wir haben relativ lange da rumgetrollt. Dann zwischendurch auch es mit dem Pater Noster versucht. Gehangen hat aber nichts. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht und sind Richtung der Insel gefahren, wo wir gestern auch schon waren. Wir haben auf den Weg geschleppt mit diesen kleinen Konstruktionen, die eigentlich nur einen Silberhaken haben und diesen Mini-Downrigger. Und nach einigen Fischen, die wir als Bait nicht benutzen können, weil sie dafür nicht geeignet sind, wie Jacks und eine Spanish Mackerel, haben wir dann auch zwei Fische gefangen, die sich als Bait eignen. Und ja, jetzt sind wir am Spot und vielleicht kriegen wir jetzt einen Roosterfish oder einen Snapper oder einen Grooper. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Auf jeden Fall geht's. Real, real, real. You don't want to lose it. You told me you want to fight with the beach, right? You like that fight, brother? You don't want to lose it though. It's pretty hot. Alles klar. Come on. What a fish ninja, thank you. So ein schöner Fisch. Deswegen sind wir hier. Unfassbar. Vielen Dank. In der zweiten Costa Rica Folge versuche ich vom Kajak und vom Ufer aus ein paar schöne Fische zu fangen und bringe euch ein beeindruckendes Naturphänomen näher. Jetzt aber würde ich mich erstmal riesig über Likes und Kommentare zu diesem Video freuen. Bis zum nächsten Mal.